herzlich willkommen meine damen und herren nach längerer zeit auf diesem älteren unserer beiden kanäle doch mal wieder ein video aber natürlich verbunden mit der bitte kommen sie doch ruhig mit gehen sie mit uns in den neuen kanal wo wir jetzt täglich die neuen videos hochladen und aufspielen und genießen sie da die aktuellen beiträge es gibt ja täglich nachrichten die uns erzürnen und aufregen und richtig in rage bringen gestern zum beispiel haben wir gehört dass die cdu in düsseldorf jetzt darüber nachdenkt parkgebühren für fahrräder einzuführen da treibt uns die politik aus den autos raus macht teile der großen städte dicht will dass wir öffentliche beförderungsmittel benutzen und dass wir nach möglichkeit auch mit dem fahrrad zur arbeit fahren und die nächste idee die der politischen kaste dann kommt ist dann eben das fahrrad zu besteuern oder irgendwie anders geld da rauszuziehen das ist eine maßlosigkeit und der skrupellosigkeit die es nicht immer gibt die so ihre höhepunkte erlebt immer wieder im verlauf der geschichte und da fällt mir eine phase ein mit der ich mich in meiner zeit in amerika von 2005 bis 2014 immer wieder intensiv beschäftigt habe nämlich die sogenannten mackraker das waren investigative journalisten die haben damals in jungen frechen anti mainstream magazinen ihre recherchen veröffentlicht das waren beiträge die haben angeprangert die korruption in der politik das große geld und seine skrupellosigkeit die käuflichkeit von stadtpolitikern also kommunalpolitikern mackraker wenn man das wörtlich übersetzt das sind welche die schmutz auf baklern aufgraben die also sozusagen die politischen leichen aus dem keller befördern man könnte es auch als nestbeschmutzer übersetzen also sozusagen die sarrazins und die ulfkottes von damals die hießen aber anders und ich komme gleich drauf das war eine zeit in der nach dem amerikanischen bürgerkrieg in den 1860er jahren zunächst eine wirtschaftliche und auch technische regelrechte explosion eingesetzt hatte die großen eisenbahnfirmen kamen die stahlfirmen die großen fleischfabriken in chicago das große öl standard oil gesellschaft und so weiter und so fort und damals wie heute war das so es gab einen schub an technologie ein schub einen wirtschaftlichen schub vor allem die urbanisierung die migration unternehmen mit viel mit enormem kapital die sich natürlich auch vor steuern gedrückt haben eskalierende soziale ungleichheit und kommerzialisierung der politik so weit das auge reichte das alles kommt uns ja bekannt vor damals hießen die großen celebrities der wirtschaftswelt andrew carnegie edward harry mann und auch john d rockefeller heute haben sie andere namen die kennen sie ja alle steve jobs bill gates mark zuckerberg zum beispiel aber die geschichten sind ähnliche und damals kamen also diese muckraker auf und haben begonnen die missstände die entstanden als sich das große geld und die politik zusammentaten oft gegen die bürger und ihre interessen und haben das beschrieben und haben das sehr offen gemacht und wurden dafür natürlich auch verteufelt aber sie hatten den mut aufzustehen und gegen den mainstream zu gehen der vielleicht berühmteste damals von den muckrakern war upton sinclair der das buch schrieb the jungle also der dschungel das habe ich damals mit großen bestürzen gelesen eine beschreibung damals im ausgehenden 19 jahrhundert von den fleischfabriken in chicago das war das am zweitdeprimierendste buch das ich je in den händen hatte so und das war eine zeit in der man anfing vor allem die muckraker die waren die ersten darüber nachzudenken was man besser machen kann wie man die arbeitnehmerrechte wieder verbessern kann wie man die sozialen unterschiede abbauen könnte und so weiter und so fort und das war eine sehr sehr lebhafte zeit in der die muckraker damals anfingen die missstände aufzuzeigen zu illustrieren und anzubrangern und den menschen klar zu machen in welcher zeit sie da eigentlich leben und der erste der sozusagen als muckraker auftrat das war lincoln steffens der damals ein buch schrieb das hieß the shame of the city sozusagen die schande der städte er beschrieb damals vor allem kommunale missstände und eine stadt die er sich vornahm in diesem buch war st louis das war damals sehr stark von deutscher einwanderung geprägt es war die viertgrößte stadt der usa und es war wie steffens damals sagte die am schlechtesten regierte und er beschrieb st louis so die geschäftsleute waren nicht mehr reine händler die politiker waren nicht mehr reine gesetzgeber sie taten sich zusammen sie nutzten die macht der banken der eisenbahnfirmen der stahlfirmen um sich ihre nasen zu vergolden zitat aus diesem buch der geruch der korruption macht sich im stadtrat breit und dann beschrieb steffens sozusagen wie es dazu ging alles hatte einen preis vom weizen silo bis zur hafenkante die und die hafen abteilung oder die teile des hafens wurden dann auch in geheimen versteigerungen an den naja an politische freunde eben und an die höchstbietenden rausgehauen sozusagen so würde man das ja heute zu sagen heutzutage sagen und das geld das die stadt noch hatte das wurde an unternehmer verliehen und die zinsen hat man dann privat auf konten eingestrichen was mir an dieser ganzen geschichte so deprimierend sie klingt doch mut macht ist dass das ergebnis damals ja war dass die menschen verstanden was da passierte und dass dann widerstand aufkam dass die politik unter druck geriet und dann kamen ja die reformen in den usa in den 1930er jahren durch franklin die russell der new deal da wurden dann die arbeitergesetze verbessert es wurde die soziale ungleichheit abgebaut es kamen sozialprogramme finanzreformen der wall street ging es auch an die wäsche würde man heute sagen es kam und es kam erleichterung für die bauern also es gab eine ganze welle und serie von verbesserungen natürlich wissen wir was danach wieder geschah die geschichte spielt sich ja in wellen ab aber die gute botschaft von damals ist eben man konnte was bewegen und das obwohl die zeit so aussah damals und der zeitgeist als könnte man wirklich nichts mehr machen außer mit einer großen dicken revolution und daraus schöpfe ich doch ein kleines bisschen hoffnung mal sehen was kommt